Hallihallo Freunde und Willkommen zurück zu SimCity. Da wird schon wieder was gebaut, Grundstückspreise, Mittler, da ist noch niedrig. Wir verliehen weiter Arbeiter, sie sterben, okay. Oh, die Dichte steigt aber. Mann, nervt mich nicht. Ich baue euch ja gleich eine große Feuerbach oder war das die, die so teuer war? Ja, die kostet ziemlich viel pro Stunde. Die zahlen aber ziemlich wenig Steuern. Weil ja noch keine obere Einkommen sticht. Hab ich mittlere? Ziemlich viele einfache Betriebe. Ich höre mal überall die Steuern jetzt. Oh, da kriege ich ordentlich. Es regnet, das Feuer sollte ausgehen. Und das Haus kaputt. SimNews. Filmt ein Feuer, Herkunft, die Region. Also wenn wir jetzt ordentlich... Och Mann, da brennt es. Beim heiligen Lama, das Feuer breitet sich aus. Wo ist meine Feuerwehr? Die steht da oben im Stau. Verdammt. Verdammt. Mir brennt da gleich alles ab. Die gesamte Reihe. Ah Gott. Und warum bin ich eben bei Strom im Minus? Was? Ach kommt schon, ich hab doch kein Geld. Ah, äh, legen wir hier weiter und können wir hier noch ein paar Windturbinen hinstellen. Die da. Kein Überschuss, dann stellen wir einfach noch eine hin. Zack, so. Jetzt müssten wir ordentlich Strom bekommen. Wasser passt, Abwasser passt auch. Strom passt auch. Dann wollte ich die Feuerwache aufrüsten. Ach du Kacke. Brand. Zu viele Verbrecher. Zu viele Verbrecher. Zu viele Verbrecher. Zu viele Verbrecher. Na, bei fehlenden Kunden kann ich nichts machen. Tut mir leid. Wenn wir jetzt mal langsam genug Geld haben, dann kann ich auch die größere Feuerwache dahin bauen. Die dann schon eine Löschschubschrauber hat. Jutsi, wie sieht's denn? Einfach mal auf die Rechnung gucken. Metall wurde ziemlich wenig verkauft. Rohherz. Was? Rohherz? Verkauft doch gar kein Rohherz. Kommt einfach mal noch ein Transporter hin. Ihr habt noch ein paar Kisten. Wie viel kostet so ein Transporter? Ah, 3000. Ja. So. Muss ich ordentlich Geld bekommen. Dann kümmert wir uns die mal ums Feuer, wenn die Leute zu blöd sind, um... Ach, jetzt brauche ich erstmal wieder Geld. Um aufzupassen. Na, dann müssen wir halt eine Feuerwache hinstellen. Pause. Feuerwache weg. Ja. Geschlossen. Wir stellen neue Leute ein. Ihr habt eine Löschfahrzeuge. Und... Braucht, glaube ich, da noch einen Helikopter. Der Feuerwehrinspektor besucht in der Stadt Häuser Fabriken lehnen. Die explizierten Orte sind mehrere Tage lang vor bränden Geschütz. Ah, cool. Hm. Was gibt's denn? Die wollten mir was sagen? Die wollten mir was sagen. Feuerwehrleute helfen freiwillig. Bereit zur Brandbekämpfung. Sie haben leider nur ein Löschfahrzeug. Mann, ey. Oh, muss ich gleich wieder aufrüsten. Beziehungsweise erstmal ein Helikopter. Ein Kurzschluss. Der die gesamte Nachbarschaft abfackelt. Auch verlassen. Boah. Was willst du? Ich weiß. Wie das regionaler Verkehrsaufkommen auf der Autobahn reduzieren können. Ja, bitte. Der Verkehr ist mittlerweile ein echtes Problem auf der Autobahn, die zu Ihnen in die Stadt führt. Aber keine Angst, Sie können dieses Problem mit öffentlichen Transportmitteln lösen. Sie müssen nicht unbedingt die Autobahn verwenden. Sie können auch das hier machen. Bus. Danke. Lass mich raten, ihr habt keine Arbeiter. Dachte ich mir. Hier steht neue Leute ein. Warum verschwinden dauernd die Leute? Ah, alter, 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 alter. Erstmal. So, aber erstmal kriegt ihr so einen schönen Lande... 60.000 für den Landeplatz. Ach, Gott. Teuer, teuer, teuer. Es ist alles so teuer. Kann ich, äh, diesen schönen Turm hier bauen? Ja, geil. Bam, hier. Kannst du aber gar nicht viel. Die Reaktionszeit wird verdoppelt. Wie sieht es eigentlich aus? So viel angemeldete Sims... Wir haben Platz für 550. Ja, dann... ...kommt wir da noch ein Stockwerk drauf. Jetzt haben wir deutlich mehr Platz. Wir erhöhen das allgemeine Bildungsniveau. Kommen auch Studenten zu uns? Äh... Hm. Ach, keine Ahnung. Was gibt's da oben? Ich schau mal gerade, was man bei einem Brand machen kann. Hm, das läuft ziemlich langsam heute. Jetzt können wir Brennze in der ganzen Region loschen, ja. Könnten wir. Machen wir aber nicht. Planieren wegen Brand nicht möglich. Feuerwärsche. Feuerwärsche. Da ist was kaputt. Wenn wir kommen. Brand. Bitte nicht meine schöne Pension hier. Ich brauche eine Menge Money. Der ganze Müll verschmutzt die Umwelt. Okay. Ja. Sind da vier Müllwagen. Ist die Müllhalde eigentlich... Wie viel Platz hat die noch? Die hat noch, aber... Erstmal stellen wir da eine... Müllverbrennung hin. Danke. Ich will die Müll bei mir nicht haben. Was? Wie teuer ist die? Eine Stunde. So teuer ist sie gar nicht. Verstehe ich nicht, warum ist jetzt mein Einkommen so stark gesunken. Feuerwehr. Transportmittel. Bildung. Spezialisierung. Wohlstand. Wohlstand. Wohngebiet ist niedrig. Wohlstand. Gewerbegebiet. Grundstückspreiskarte. Zufrieden. Tourismus. Haben wir Tourismus? Da ist wieder ein Hausblatt. Ich hätte gern mal... Hier so einen schönen Park. Ich möchte da die... Die Grundstückspreise erhöhen. Am besten gleich noch einen. Daneben noch einen Teich. So. Das erhöht jetzt hoffentlich ein bisschen die... Grundstückspreise. Planieren. 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 Ich schaue doch irgendwas bezüglich dem Thema. Dieses kleine Lager ist übernimmt Versandaufgaben für lokale Industrie, Betriebe, die ihre Waren nicht ausliefern können, gehen unter uns in Bankrott. Na gut. Bam. Kauft mal jemand? Ich möchte was liefern. Und schon wieder bin ich beim Wasser im Minus. Ah, da ist einer ausgestiegen. Das heißt, ich muss doch noch ein bisschen mehr Wasser fördern. So, da kommt noch so ein Müllwagen hin. Das müsste dann langsam passen. Ähm, ja, öffentliche Transportmittel. Ähm, wie viele fahren denn? Busse 15, Halterstand 33, Einwohner der unteren... Wir haben hier überall eine Haltestelle. Ah, da ist keine. Da ist keine. Da ist keine. Da ist keine. Da ist auch keine. Da ist keine. Das ist auch keine. Da, 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 da. Da noch eine. Da nicht. Da nicht. Die Sims sollen Bus fahren. Ganz viel Bus fahren. Da. Hier kommt auch noch eine hin und da auch noch. Aber passt. Und hier. Sechs verlassene Gebäude. Och, Mann. Oh, Mann. So. Boah, was? Wie dumm sind denn unsere Sims, dass die die ganze Zeit irgendwas anzünden? Oh, wir haben noch ein paar tausend verfügbare Jobs, dann werden wir mal weiter Straßen ziehen. Ihr müsst zwar nah an die Schmelzhütte, aber das interessiert mich nicht. Und hier halt neben der Schmelzhütte. So. Ja, das wusste ich schon, dass die... ...zumachen würden, die im großen Turm da. Fehlende Arbeit. Wieso habt ihr keine Arbeit? Wir haben dreitausend Jobs über. Hallo? Wir haben dreitausend Jobs über. Da könnt ihr mir nicht sagen, fehlende Arbeit. Wir sind schon bei 22 Minuten. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.